Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde. Minecraft wird die Galaxy Resurrection. So, wir haben Kompost fertig und wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist das einfach nur einmal so mit... Oder auch nur so? 42 Kompost und damit sollten wir... Ich hasse dieses Spiel, ne? Das hat natürlich keine MC-Werte. Boah, ich hasse dieses Spielsauce, ja. Ihr weißt was, ihr habt es gesehen, ich hatte es jetzt gerade. Ihr seht ganz ehrlich, nein, das exaktiere ich jetzt echt nicht. So. Dass ich immer nachhelfen muss, das kotzt mich langsam richtig an. So. Klein Reward. Was soll ich jetzt machen mit diesem Scheiß? Das kann von mir aus da rein, das auch, das auch, das auch. Da kommt jetzt alles wieder schon in MC-Batterien rein. So. Immer nur rein mit dem Ross. Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Geht mit dem Hammer wieder. Oder die Ranch. Ich würde mich jetzt gerne langsam mal auch mal vorbereiten. Ich würde jetzt... Ich glaube, man könnte sagen... Wir können so langsam mal anfangen hier mit Evolving Dragons. Da brauchen wir Draconium. Da habe ich so ein bisschen was im Nether gefunden. Klein Reward. Was? Weil man kurz... Ich finde jetzt ein bisschen hart, aber okay. Was brauchen wir als nächstes? Ein... Blackconic Info Tablet. Ich hätte sicher, dass ich Blackconic Kurs bekomme, aber okay. Dann einmal den... Das. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Weil wir können noch Draconium Seeds machen. Da braucht... Okay, da braucht es sogar... Die Barren und Ross Imperioreszenz. Alter, das ist schwach. Kleine Reward mit Diablo ist ja super. Alter. Das ist ja so schnell durchkommen, dass ich es nicht erwartet. Charm of Dislocation. Ja Gott, jetzt fängt es hier an. Weißt du was? Haben wir hier noch Essenz drin? Wir haben... Sie ist hier Essenz, okay. Nehmen wir noch mal ein Seed. Wir machen hier so mal ganz schnell... Einmal so. Können wir uns mal schnell den... Imperioreszenz, ich habe fast gesagt... Den Draconium Seed. Dann einmal drei. Dort. Wo haben wir den euren Waterrocket? Hier. Das mache ich jetzt nicht. Weißt du was? Das schließe ich jetzt einmal ganz kurz hier an. So. Ja komm, kriegst du einmal zu. Das ist jetzt schon wieder so eine Person, die sich gerade an Beömmeln ist. Wieso fehlt hier im Block? Wieso fehlt hier im Block? So. Ah ja, habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier. Ich habe schon zwei Octopel Compressed Cobblestone. Ich habe schon zwei Octopel Compressed Cobblestone. Können wir einmal lernen. Also jetzt sind wir schon quasi unendlich davon. Und wir machen dann einmal zwei Block auf Bad... Okay, die haben da rumgepackt. Dann haben wir zwei Bad Rockium. Bad Rockium. Wer es nicht kennt. Wer es nicht kennt. Wir haben uns im Inventar. Dann haben wir schon jetzt Dronus 4. Und wir können Bad Rockium irgendwas machen. Mache ich zumindest einmal, dass wir ein paar haben. Den hätte ich noch mal gerne. Dann platten wir den einmal hier ran. Ah, da war ja was. Jetzt weiß ich mich immer noch, was das für ein Bug ist, als der Tee nicht anerkennt. Die machen wir jetzt nicht großartig auf 10-10-10. Dann haben wir noch ein bisschen mal was zu sammeln. Weißt du was? Die machen aber richtig billig. Harvester haben wir noch hier drin. Nehmen wir noch eine Iron Chest mit. Ja, super. So, und dann gönnen wir uns mal so ein bisschen Essenz. So, dann kommt das hier alles einmal rein. Der Quest. Wo kenne ich eigentlich gerne wieder? Was ist das hier eigentlich? Auch ein Weapon Case. Second Edition. Ähm, und was bekommen wir? Save. Abinable. Okay, wo waren wir jetzt dran? Was sollten wir machen? Ah ja. Da brauche ich schon einmal vier von denen. Dann. Okay. Wie kriegst du die wieder zu? Das? Pulverizer? Jetzt wirst du noch einen Pulverizer bauen. Okay. Dann gönnen wir jetzt mal schnell einen Pulverizer. Reception Call. Zwei Copper Gears. Das sollte jetzt echt kein Thema mehr sein, den herzustellen. Äh, aber sogar ein Resonant. Äh, den stelle ich mal hier zu. Habe ich es gerade gerade rein, den Bock hier noch großartig einzustellen oder sowas. Das ist jetzt eigentlich mal nur um zu haben. Nice to have, have to nice and it. So. Drag Condium Dust. Drag Condium Dust. Was brauchen wir noch? Wir brauchen dreimal blaze powder, wovon wir ein Eye of Ender machen. Zack. Drag Condium Dust. Charm of Dislocation. Und Claim Reward. Und wir bekommen noch drei. Jetzt brauchen wir vier Draconicos. Äh, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Eins, zwei, drei, vier. Claim Reward. Einen Disenchanter sollen wir machen. Okay. Ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt mal mit der Rüstung an. Ich will mal ganz kurz was schauen. Der, wo haben wir? Äh, Charm, Charm, da. Den können wir eigentlich schon machen. Wie sieht das unten mit der Draconic Essence aus? Boah, ist nicht übertrieben oder so, ne? Zap. Ich will schnell wieder 19 Barren. So, was brauchen wir hier? Einen Diamond Helm. So, was können wir herstellen? Fast alles. Ah, jetzt braucht er wieder Redstone Blöcke. Oh cool, eine Schaufel schon mal umsonst. Ach komm, machen wir das jetzt so. Wir haben es ganz ehrlich gesagt. 1, 2, 3, 4. Wie können wir den Bogen hin? Den Bogen müssen wir eigentlich auch noch nicht bekommen. So. Na. Was können wir? Wir können ja nichts machen, weil es noch die Essence fehlt. Oh, schon wieder 56. 57. Die Draconium haben aber keine Ahnung. Ne. Das wäre jetzt eigentlich ein bisschen hart. So. Dann. Einmal den Vipern Helm. Den lade ich mir dann auch mal ganz schnell auf. Ich weiß nicht, was wir machen können. Wir wollen uns mal schnell den Vipern Capacit abhängen. Jo, you know. Braucht man Vipern Fistel mit Vipern Deloina jetzt. Oh, die haben einen MC Speicher. Ja gut. Da braucht noch einen. Ich die nicht. Ja. Äh. Die Brand. Aber das Jetpack müssen wir auch noch durchgrafen. Da greust es mich ja jetzt schon hin. Ja. Bitteschön. Besser als hier der Energy Cuben umfang. Tun wir die Civisio Helm weg. Leut. Das ist neu. Ja. Ja. Abgrade Modifier. Was denn das? Das kann ich jetzt grade noch gar nicht an Abgrade Modifier. Lol. Shield Capacity, Shield Recovery, wie geht das jetzt? Ah, da können wir noch mehr reinpumpen dann. Okay, ja da überlege ich mir nochmal was. Ja, das kann dann mal weg. So, wie sieht das hier aus? Sehr schön. Vielleicht können wir dann mal was machen, dass die noch härter wird, als es eigentlich jetzt schon ist. Also das ist selbst mir neu, also ich bin ehrlich, das kann ich noch gar nicht. Und ich hab den Motor schon einmal auseinandergenommen. Bis zum geht nicht mehr. Einen Bogen müssen wir noch machen. Ähm, ja, geht aber rein. Und Rayman hätte ich eigentlich auch irgendwann mal Bock, weil Rayman ist cool. Rayconic. So, können wir mal die Brustplatte machen. Sehr schön und dementsprechend die Hose dann eigentlich auch schon. super. Superb. 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 Weg damit. Warte mal, damit können wir doch gar nicht fliegen, ne? Ich hatte dann mal hier den Ring aus der Light gemacht. Genau. Hey. Dann sollten wir damit eigentlich auch so schon fliegen können. Kleiner Test. Hier können wir ja noch nicht. Wieso habe ich hier noch ein paar? Ah ja. Okay. Alles klar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Superb. Tja. Dann haben wir das ja auch schon mal. Ah, wo wir gerade hier sind. Das ist zu hart. Das ist richtig hart, was ich hier abziehe. Vielleicht dann denke ich, wie ich bei Infinity zwei Band auseinander genommen habe. So, jetzt noch die Shui Shen. Sehr schön. Und dann dürfte er auch den Draconic Votion kriegen können. Der war dann nur zwei. Genau. Oh, noch ein Schwert, Jakob. Dann... Was fehlt uns jetzt, macht er? Achso, nochmal so ein... Ah, okay. Dann fehlt uns das. Ja, okay. Dann fehlt uns das. Einmal aufschauen. Hab ich das noch Kurs über? Ja. Hab ich. Dann schauen wir doch mal. Ich würde auf jeden Fall gerne hier... Einmal das so machen. Moment, können wir auch den Gruben poweren? Ever velocity, Draw Speed... Den Damage würde ich auf jeden Fall boosten wollen. Dann machen wir hier nochmal... Ne, nicht... Hä? Schild wählen. Und hier noch einmal. So. Und den letzten sparen wir jetzt einmal. Das müsst ihr doch eigentlich auch jetzt... Alter, hier wollen wir mich doch verarschen. Ich trage ja nur die komplette Rüstung, aber okay. So. Da. Leg mich. Was war das jetzt hier? Ja gut. Da akzeptiere ich. Das hab ich noch nicht. Äh. So. So. Das kommt hier wieder rein. Dann hier Climb reward. Sehr schön. Super. Laden wir nochmal unseren Bogen auf. Und damit die komplette Rüstung. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns beim... Nächsten Mal. Ich fahr' jetzt gar nicht. Oh Gott. So. Das nächste Mal werden wir dann in den Sand gehen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.